So, ich sehe, Sie haben es sich schon gemütlich gemacht. Das ist super. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen an mit der herbstlichen Stilberatung, okay? Perfekt. Freut mich erstmal, dass Sie heute zu uns gefunden haben. Darf ich fragen, wie Sie uns gefunden haben? Okay, das ist eine interessante Weise, ja. Wirklich. Okay, einstirn. Das war bestimmt ein Fehler. Manchmal auf diesen ganzen Webseiten, da gibt es wirklich Menschen, die geben einfach einstirn. Einfach nur so Spaß. Also, ich würde da jetzt wirklich nicht auf diesen Einstirn mich fokussieren, okay? Gut. So. Ja, sehr schön. Freut mich, dass Sie hier sind. Ich würde jetzt direkt mit der Beratung starten wollen. Ähm, überhaupt erstmal müsste ich einfach ungefähr wissen, was so Ihr Stil ist. Sind Sie eher klassisch unterwegs? Ähm, so ein bisschen sportlich? Oder leger? Was, was kann ich mir da vorstellen, damit ich weiß, was ich für Sie zusammen suchen kann? Na dann, notiere ich mir das. Wobei ich sagen muss, ich finde, ähm, haben Sie es schon mal ein bisschen sportlicher versucht. Sportlich, aber gleichzeitig auch modern. Ja, ich glaube, das würde Ihnen richtig gut stehen, weil das, was Sie momentan anhaben, ähm, das betonen Sie wirklich ganz unvorteilhaft. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich zeige Ihnen gleich mal was, was Ihnen wirklich unglaublich stehen würde bei Ihrer Figur, ja? Okay, so sollte ich sonst noch irgendwas wissen, was Sie gar nicht mögen, ja? Irgendwelche Prinz, Leoparden-Prinz oder so. Okay, das ist aber schade. Ich finde Leo-Prince und Zebra immer wirklich, ähm, sehr schön für die Figur. Na ja, gut, ähm, okay, ich denke, das wäre es dann so weit. Dann legen Sie sich einfach entspannt zurück und ich suche ganz in Ruhe was für Sie aus, okay? Und zeige Ihnen das dann, okay? Gut, bis gleich. So, als erstes habe ich diese wundervolle Ocker-Farbe direkt gesehen und ich konnte einfach nicht weggucken. So. Dann zeige ich Ihnen mal, wie das ausschauen wird. So. Ja, also die Farbe ist ja mal wirklich der Knaller, ne? Wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe jetzt für den Herbst, ja. Ähm, nicht zu sportlich, nicht zu schick, einfach wirklich eine tolle, tolle Farbe. Ähm. Ja, genau, es ist wie so ein kleiner Sonnenschein. Jetzt, wo die Tage wieder ein bisschen dunkler werden, ist so eine Farbe wirklich einfach ein Statement-Piece, ja. Also das muss man einfach sagen, so. Dazu natürlich noch ein Jackchen, weil es wird ja ein bisschen kalt. Und, ähm, also, da habe ich jetzt gedacht, dass wir das hier da drüber packen könnten. Ja, und schauen Sie mal. Das macht so einen schönen Ausschnitt, wirklich. Also, ähm, die Jacke ist aus so einem dickeren Vollstoff. Und da sehen Sie jetzt einfach mal, was das für ein tolles Dekolleté hermacht, äh, oder schafft. So. Wir haben hier ein paar Knöpfe. Da könnte man die Jacke auch zumachen, damit es nicht so kalt ist. Wobei ich fast schon sagen würde, dass wir die Jacke offen tragen, ja. Das ist einfach, ähm, offener, moderner, stylischer, ja. Wirklich toll. Und dazu, jetzt kommt der Knaller. Dazu schlage ich Ihnen vor, dass Sie einmal dieses Kunstfell hier, ja, ummachen. Und sehen Sie mal, also, das ist doch wirklich, es ist, ja, das macht wirklich aus Ihnen ganz neuen Menschen. Sie müssen das natürlich nicht, ähm, tragen, das Fell, aber ich fände das einfach wirklich, äh, für das Outfit Ausschlaggebend, ja. Wenn Sie jetzt sagen, nee, das ist mir ein bisschen, das ist mir ein bisschen dummatt, das ist auch kein Problem. Dann zeige ich Ihnen, ähm, was man sonst noch aus diesem Looker kreieren könnte. Also, Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, ähm, nee, das ist mir ein bisschen zu viel, zu schick. Gar kein Problem, dann nehmen wir das wieder ab. Wobei die Jacke wirklich dort wendet. Und da können Sie einfach mal schauen, was das aus Ihnen macht, wenn man diese zwei Farben mischt, ja. So, haben wir einmal hier, wir haben einmal dieses, diese Ockerfarbe kombiniert mit einem hellblauen Cardigan, ja. Und da sehen Sie jetzt einfach mal wieder, ähm, Sie strahlen, ja. Also, wenn Sie das irgendwo anhaben, dann haben Sie wirklich, ähm, den Himmel dabei, ja. Sie haben die Sonne, Sie haben aber auch gleichzeitig den hellen Himmel, ähm, die Wolken. Und das sieht einfach toll aus, das sieht einfach toll aus, ja. Ähm, was sagen Sie dazu? Okay, ich, ich zeige Ihnen gleich nochmal was ganz anderes, wenn Sie möchten. Aber das war jetzt, ähm, das waren jetzt zwei Looks, die man so für den Herbst kombinieren kann, um wirklich so ein kleines Statement zu setzen, weil das ist das, was wir letzten Endes wollen. Okay. Sie müssen ja auch ein bisschen aus sich rauskommen, ja. Ja, das war aber Blümchen, das Sie bis jetzt waren, das muss, das muss verschwinden. So. Dann zeige ich Ihnen jetzt eine andere Option. Sie können das natürlich auch immer wieder um den Nacken wickeln, ja. Und was Ihnen das jetzt gibt hier, schauen Sie mal. Das gibt Ihnen diesen Old Money Look. Was heißt das? Old Money, dass Sie schon mehreren Generationen viel Geld in der Familie haben und dass Sie gerne auf Sylt Urlaub machen. Ich meine, wer möchte denn nicht reich aussehen? So. Ja, gut. Das haben Sie verstanden. Dann zeige ich Ihnen jetzt den nächsten Look. So, Look Nummer zwei. Sie sehen schon, Farben sind gewünscht. Und da, jetzt wird es ganz interessant, dass ich erkläre Ihnen das jetzt mal. Ja. So, passen Sie auf, Sie haben jetzt hier ein T-Shirt. Wo Sie jetzt vielleicht auf den ersten Augenblick sagen, oh, das ist aber ein Kinder-T-Shirt. Nein, ist es nicht. Sie haben hier eine ganz klug-gewählte Kombination, ja, von einem T-Shirt, was auf der einen Seite eher jugendlich aussieht, aber andererseits durch diese dunklere, ähm, lila, ne. Ähm, maragoni ist es nicht, aber durch diese dunklere Moor-Farbe verleiht das dem Oberteil so einen locker, lässigen, sportlichen Stil, ja. Ähm, wo man einfach automatisch sportlich aussieht, obwohl man nichts macht, obwohl man den ganzen Tag nichts macht, nur umliegt und scheißwurst. Deswegen, ähm, können Sie mal schauen, ähm, so welche Oberteile mit so einem Print sind immer sehr vorteilhaft, wenn man sportlich wirken möchte, weil das einfach so was Jugendliches, Frisches, Leichtes, ähm, hervorbringt, ja, oder ausströmt, ja. So, jetzt noch das Jackchen. So, schauen Sie mal, was haben Sie dazu? Ja. So, und jetzt haben Sie diesen Look wirklich, so ein kleiner Fleck, ähm, richtig. Für sich, wie soll ich sagen, schlau kombiniert. Sie sehen einfach, Sie haben diese Leichtigkeit von dem T-Shirt, aber durch das dunklere Jättchen, diese eher, ähm, ich sag mal, erwachsenere Farbe, Ist das wirklich die Kombination, ähm, für einen frischen, frechen, ähm, carefree Look? Wenn Sie jetzt sagen, nee, das T-Shirt ist mir ein bisschen, ist mir ein bisschen zu kindlich, ja, was ich nicht finde, dann haben wir natürlich auch eine andere Option, ja. Ja, ich zieh das einfach mal da drüber, da sehen Sie einfach nochmal, was ich meine, ja. Bisschen schwierig, weil da drunter noch ein Top ist, aber, ähm, das kriegen wir schon hin. Also, wie gesagt, Ihnen sind wirklich keine Grenzen gesetzt mit diesen coolen, frechen T-Shirts. Können Sie wirklich für sich punkten. Hier, genau das gleiche. Gut, freches Motiv, ja. Und dann wieder mit dieser Jacke da drüber. Oder, oder, ich hab hier noch diese Jacke. Das sehen Sie wieder raus, als wären Sie, ich weiß nicht, wie alt sind Sie. Okay, okay, dann sehen Sie wieder raus, als wären Sie 30. Ich weiß nicht. Ja. 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 Lassen Sie den Look einfach ein bisschen auf sich vier können. Ich zeig Ihnen. jetzt nochmal was. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können dieses flauschige Fell immer wirklich zu jedem Outfit kombinieren. Sie sehen direkt, das macht das Outfit einfach so ein bisschen luxuriöser. Und das sieht direkt nach einer Abendgarderobe aus. Was ich Ihnen jetzt empfehlen werde. Ja, schauen Sie mal. Wir sind den ganzen Tag unterwegs, haben dieses Outfit an, haben aber diesen Pelz mit in ihrer Tasche. Dann gehen sie abends aus. Sie haben keine Zeit sich umzuziehen, werfen sich das einfach drüber. So hier. Sie werfen sich das einfach drüber. Und ja. Was soll ich dazu noch sagen? Also brauche ich noch was dazu zu sagen. Das sieht einfach schicker aus. Oder Sie möchten es ein bisschen schicker haben, aber nicht ganz so schick. Dann auch hier. Sie können sich immer wieder etwas drüber werfen. Und wie gesagt, dem Outfit so ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Jetzt zeige ich jetzt eine andere Möglichkeit noch, ja, um ein cooles, freches Outfit zu kombinieren. So. Sie nehmen ein ganz normales Top, ja. Und dann. So. Sie sind gedreht. Werfen Sie sich etwas Leichtes, Durchsichtiges drüber. Mit. So. Und jetzt haben Sie wieder so einen wunderschönen Kragen oder Dekolleté, weil diese blaue Farbe hier da drunter so richtig frech einfach herausguckt. Und Sie haben hier auch ein paar Knöpfe zum Beispiel, die nochmal das schöne Dekolleté betonen. Da haben wir jetzt so einen Schlangenprint. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Gut. Okay. So. Und vom Stoff her Sie sehen, das ist locker luftig. Ähm. Einfach angenehm zu tragen. Natürlich wird es dann ein bisschen kühler. Deswegen genau hier wieder ein bisschen kühler. Deswegen genau hier wieder in ihr gehen, ja. Und da kann man jetzt schauen, wenn das noch nicht so kalt ist. Dann schlage ich vor, man kombiniert es mit einem Gardiken, ja. Ähm. Mit einem bunten Gardiken, ja. Also auch da wieder, ähm. Sieht man einfach, wie schön das aussieht. Wenn man Muster kombiniert, ja. Was das für eine Wirkung hat. Und man wird automatisch wahrgenommen. Und wir wissen nicht mehr, dass Mama Blümchen, was man vor paar Tagen noch war. Ja. Und da würde ich Ihnen auch wirklich empfehlen. Trauen Sie sich, ja. Trauen Sie sich. Ähm. Kombinieren Sie wirklich Muster. Seien Sie da nicht so schüchtern. Ähm. Hauptsache Sie fühlen sich wohl. Es ist auch immer schön, wenn der Gardiken unter dem Popo geht. Oder über dem Popo. Und ja. Aber wenn das zu leicht begleitet sein sollte. Weil Herbst ist ja nun mal Herbst und es wird schnell kalt. Dann können Sie sich immer noch was da drüber werfen. Und sehen umwerfend aus, ja. Also momentan ist wirklich dieser Zwiebel-Look total im Trend. Sie können da einfach ein bisschen umschmieren. Sie können hier Ihren Gardiken dem unternimmt anpassen, damit das so ein bisschen zusammenpasst. Aber selbst wenn es nicht farblich perfekt zusammenpasst. Dann ist das auch nicht schlimm. Ja. Nächste Saison geht es wirklich nur um Sie. Und Sie können das tragen, was Sie möchten. Okay. Okay. Ein letztes Outfit habe ich noch, das ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ich ziehe das mal hier aus. Das Beste kommt zum Schluss. Ja. So. Schauen Sie mal. Sieht das nicht toll aus. Diese Hosen hier. Das ist doch mal ein Hingucker. Ja. Das sieht man nicht oft. Das ist auch wieder so ein Oberteil. Was so ein bisschen lässig wird. Ja. Das können Sie zu Hause tragen. Sie können aber auch damit einkaufen gehen, ja. Also für jeden Zweck, für jede Situation, können Sie dieses Oberteil ansehen. Hier Sie sehen, der Kragen ist so ein bisschen zerfranzt, ja. Das ist auch nochmal wirklich ein ganz toller Add-on zu diesem unbeschwerten Look. Und dazu wieder. Ich zeige es Ihnen jetzt mal, ja. Ich kann das nicht oft genug betonen, aber hier, passen Sie auf. Da haben wir es wieder. Da sehen Sie wieder, was das mit einem macht, was das aus dem Outfit alles herausholen kann, wenn Sie sich einen Pullover drüber werfen und das vorne hier so schön zu wecken. So. Ich hoffe, die Beratung hat Ihnen gefallen und ich hoffe, dass Sie meine Tipps natürlich auch wahrgenommen haben und anwenden. Freut mich sehr, dass Sie heute hier waren und hoffentlich sehen wir uns in zwei Monaten wieder oder in ein, zwei Monaten dann zur Winterberatung, ja. Zu der Wintermode. Das ist natürlich auch eine ganz, ja, eine ganz andere Geschichte und ja, bis dann. Machen Sie es gut.